Nummer 5 Diese Duschwanne ist ultraflach. Die Höhe der Duschwanne von 4 cm und die glänzende weiße Farbe machen sie elegant und passen zu jedem Badezimmerstil. Er besteht aus verstärktem Acryl für maximale Festigkeit und Haltbarkeit. Erhältlich in verschiedenen Größen. Die Duschwanne verfügt über einen Abfluss mit einer verkromten Abdeckung mit hohem Durchfluss, die für einen schnellen Wasserfluss sorgt und jede Art von Überschwemmung der Oberfläche verhindert. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 4 Rechteckige Duschwanne mit den Maßen 80 x 120 cm Farbe Anthrazit mit separat zu erwerbendem Abfluss. Steineffekt Ultradünn Hergestellt aus Acryl und Polyesterharz Stabil, nicht verformbar, robust und unzerstörbar. Kann vor Ort nach Maß angefertigt werden, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Erhältlich in drei verschiedenen Farben und mehreren Größen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3 Rechteckige Duschwanne aus schwarzem Vulkangestein, mit rauer Oberfläche. Einschließlich Abfluss, Sifo und Abfluss. Erhältlich in verschiedenen Größen. Minimalistisches und modernes Design. Höhe von 3 cm, ultraschlank. Das maximale Gewicht beträgt 500 kg. Widerstandsfähig gegen Kratzer, Sonnenlicht, rutschfest und antibakteriell. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Diese Duschwanne besteht aus hochwertigem Harz und natürlichen Mineralien, ist wasserdicht und leicht zu reinigen, da sie auch gegen Chemikalien resistent ist. Rutschfest Einfache Montage Maße 80 x 80 cm Dank seiner Dicke von 3 cm entspricht sie den Vorschriften zur Wasserableitung. Erhältlich in verschiedenen Größen. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1 Luxuriöse Duschwanne mit verdeckter Abdeckung an der kurzen Seite. Das Paket enthält den Abfluss mit 6 Schrauben. Die Platte ist 3 cm dick. Rutschhemmende Behandlung und Schieferoberfläche. Die Oberseite fühlt sich leicht rau an. Maße 170 cm x 80 cm Erhältlich in verschiedenen Größen. Kann direkt vor Ort verkleinert werden. Anspruchsvolles und minimalistisches Design. Hochmoderne, raffinierte und elegante Ästhetik. Ausgezeichnetes Produkt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.